so 321 willkommen zurück bei my time in portia irgendwie hier am titelbildschirm schon winter egal wir laden mal fünfter tag im ersten monat was da ist level 12 mittlerweile wir haben 373 gold und unsere werkstatt ist immer noch die blaue kiste ding ding dong ach ja wir hatten das letzte mal ja in termine ein sofa gefunden und das haben wir mal schnell noch platziert dummerweise sind wir nicht mehr bis ins bett gekommen und haben wir nicht ganz komplette ausdauer egal wir schauen mal was wir hier loten können so wie viel ist fertig geworden wir wollten eine brücke bauen und bronze platten bronze platten hier gibt es keine bronze platten zwei wie viel brauchen wir insgesamt drei das ding arbeitet noch oder also nein ok scheiße einen power stein müssen reinpacken zwei zwei drei stunden zwei drei stunden zwei drei stunden da habe ich dummerweise nicht geguckt Bronzeplatten 3, Bronzeplatten 2 Brauche ich ja mehr Bronzeplatten So, jetzt werden 3 hergestellt, 2 müssen wir jetzt im Inventar haben, ja 2 Bronzeplatten, bliblaplopp Gott, dann machen wir mal die Tasche wieder leer Sand erstmal rein, Stein, Holz Bronzeplatten auch, Stein, Powerstein, Kupferdings rein Was brauchen wir denn, um unser Schwert zu verbessern? Das Tierknochen, die gab's doch bei den Lamas Zumindest hat ein Lama schon mal Knochen getroppt Also vermöbel ich jetzt mal ein paar Lamas Tut mir leid Auch nichts Jetzt hab ich nicht hier mal Knochen bekommen von den Lamas Auch wieder noch Fleisch Mist Keine Tierknochen Oh da Die erste Nochmal Knochen Moment, da schau ich mal Anbruch Itemkatalog Eis Schwert Da stehen keine Werte dazu Verflixt Und zugenäht Vermöbeln Einfach mal alle Tiere, die wir sehen Und Gräbse und Soten Dürften ja eigentlich auch keine Knochen haben Spikes Scheiße Und es ist schon wieder 12 Uhr So einen Marienkäfer haben wir auch noch nicht vermöbelt Heute wird getroschen hier Oh da ist sogar noch ein Lama So du kleines Ladybug Mr. Ladybug Flör und Miet Flör und Miet Flör und Miet Käfereier 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 Level 10 Lama Level 10 Lama Mal Ich bin auf jeden Fall Er will wegrennen Sooo Tut mir leid Lobster meat Kleine Seepocken hier So Mal schauen ob die Lamas wieder zurückgekommen sind Oh scheiße meine Energie Oh 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 Meine Ausdauer ist ja megamäßig zurückgegangen Da sind wieder die ganzen Lamas Jawoll 35 46 36 Tierknochen Tierknochen Nochmal Tierknochen Ich glaube das reicht jetzt Wir haben noch 21 Ausdauer So Tierknochen und hopp 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 Hmhm Craften wir das mal... Hopp Einmal bitte So So, Platten haben wir hier, wo haben wir die anderen reingelegt, hier war es nicht. Bronze Platten. Irgendwo hatte ich doch noch mehr Bronze Platten, da. So, Steine, Steine, Steine. So, Steine, Steine, Steine. So, Steine, Steine, Steine. No, Steine, Steine. Acht! Drei Stück. Zack und weg. Oh, 19 Uhr, irgendwas. Was? So, darüber Lobster. Fleur. Das noch weg. Scheiße weg. Holz. Stein. Spikes weg. Nummer 8. Kupfer. Äh. Kupfer und was wird das nochmal? Ponser. Ponser. Kupfer. Kupfer. 10 stück was brauchen wir noch das wieder weg brauchen zu wachen kommen wir auch erst mal weg so das läuft alles wie spät ist es 19 Uhr irgendwas bisschen Energie haben wir noch oh hier ist ein Brief City, äh, ICO, No, Gorilla, Babershopper, Sana ok, irgendwas mit dem Friseursalon ich schau mal, aber der hat mit Sicherheit jetzt zu hab ich ja schon gesehen der war hier hinten ja auch Mist, hab ich mir heute meinen Auftrag gar nicht abgeholt Babershop was war mit Babershop sind diese best und ja hier steht irgendwie nicht 4 hier morgens und times oben oben wollen wir noch jemanden vermöbeln holen wir holen uns noch 1-2 Bäume ich bin doch im Level aufgestiegen ich brauche die x-damage ich bin ja wo ist das kann ich jetzt bis zu Geminert habe ich eigentlich schon mehr. Muss ich vielleicht nicht mehr ganz so oft auf die Bäume einschlagen. Hat trotzdem nicht gereicht, schade. So 22 Uhr ist es. Kommen ein paar einfache Bäume noch. Noch 3 Punkte, noch 2 Punkte. 0. Ab nach Hause. Gucken ob wir das Brückenteil noch zusammenstellen können. Ich glaube aber so viele Steine werden wir jetzt nicht gebrannt haben. 2. 1. 1. Gucken ob hier noch genug Holz drin ist. Immer ein bisschen Holz nachlegen. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. Sofa, schönes Ding, so und jetzt schlafen wir eine Runde, so und diesmal das Zimmer komplett erholt, Exit, nächster Tag in Portia ist angebrochen, auf Portia, so, scheiße, immer noch nicht ganz fertig, ein Stein noch, das gibt's doch nicht, so, also das ist hier, legen wir noch ein paar bronze Dinger nach, Kupferl legen wir auch noch nach, und Steine, da legen wir auch noch nach, so, 10, da, 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 Kupfer brauchen wir jetzt nicht, soo, soo, neue Aufträge gibt, so und rein mit uns, ranrutschen, ich kann's nicht erkennen, hier, Kupfer, Kupferplates, 200, akzeptieren wir, Kupferplates, vier Stück, so, ab, Kupferplates, 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 was ist jetzt hier, bis zum nächsten Mal,